Lüriß aus Erdenbach und Brücker von Fuchs Nordhof, die Leiterin ist bei uns. Wenn ich Sie ganz kurz zum... Bitte? Sie kommen nicht? Dann ist hier ein Dreckfuhler, ein Druckfehler auf meiner Kauze. Dann mache ich das ganz einfach so und frage nach Ihrem Wertnamen. Der Name ist Sonja Wagenblas-Türmer. Sonja Wagenblas-Türmer. Das ist dieses Gesamt... Jetzt weiß ich auch, was da passiert ist bei meiner Kollegin, die das macht. Das sind diese Doppelnamen. Leuthäuser-Schnar... Das ist das Leuthäuser-Schnarmenberger-Syndrom. Ja! Und da kann ich nur eins sagen. Verzeihen Sie uns. Kommen Sie lieber... Ich führe Sie ganz einfach hier auf die Bühne. Und ich mache auch alles wieder gut. Ich knie vor Ihnen nieder. Frau Wagenblas-Türmer, können Sie uns noch einmal vergeben? Muss ich singen oder darf ich sein lassen? Ich darf es sein lassen. Dankeschön. Das kann ja mal... Aber Wagenblas-Türmer ist auch ein schöner Name. Aber von Fuchs Nordhof auch immer diese Doppelnamen. Wenn hier stünde Sabine Müller oder Karin Meier, das wäre auch was. Sie sind die Leiterin des Chors aus Erdbach und wir haben uns kennengelernt in Schwäbisch Hall. Daher müsste ich das noch wissen. Aber ich habe so viele Chorleiterinnen getroffen. Und man ist ja letztendlich immer auch durch die Atmosphäre hier auf der Bühne ein bisschen abgelenkt. Schwarz als Unifarbe und Türkis, das sticht ins Auge. Mich würde mal interessieren, nachdem Sie ja den Sieg in Schwäbisch Hall davon getragen haben, sind Sie siegesgewiss hier ins Halbfinale gegangen oder war das für Sie noch einmal der Anreiz zu sagen, nein? Jetzt legen wir noch mal Paprik jetzt nach. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, jetzt muss noch mal was passieren. Es wurde noch mal mehr gefallen an der Choreografie, noch an der Intonation zum Beispiel, noch genau die Einsätze, also es heißt, jetzt nicht erst mal sagt, wir sind so toll, das war's, ne, ne, da muss schon noch was hin und her kommen. Ich glaube, ganz wichtig beim Chorgesang ist immer, dass man sagt, es geht immer weiter. Wir sind eigentlich nie an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, wir sind die Besten, auch wenn wir jetzt im Halbfinale sind. Es geht immer noch ein bisschen besser. Wie erreichen Sie das denn als Dirigentin, den Chor soweit zu bringen, noch eine Schraube mehr zu geben? Ich versuche sie halt schon zu motivieren, wir machen extra Stimmbildung, damit er einfacher vom Ton her noch mehr passiert, damit noch mehr Klang erzeugt wird. Ja, mit allen Mitteln, was ein Gesangslehrerin, was ein Gesangslehrer so machen kann. Ja, Sie sind Gesangslehrerin und Sie haben den Chor fest in der Hand, wie wir auch gleich sehen werden. Ein ganz gelockerter Chor, der sich eingegähnt hat und gelassen dem entgegen Sie, was jetzt kommt. Es wird ein Begeisterungssturm durch die Mengen gehen. Wenn jetzt Lyriks aus Erdenbach unter Sonja Wagenblas-Turmer, guck mal, wie ich das kann, sind Phänomen von Helene Fischer, begleitet von der SWR 4-Wendt. Und von allem Applaus! Applaus 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 Ich mag dich, ich mag dich Bei dir kann ich ohne Maske sein Zeigst mir die Wahrheit, auch wenn ich träum Ich brauch dich, ich mag dich Du bist ein Zauberer, der die Sonne fängt Du hast ein Herz als Freund, das für andere brennt Du bist ein Phänomen, du kannst die Erde drehen Du fängst niemand ein, der intritt deinen Namen Du bist ein Phänomen, du kannst die Erde drehen Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn Lass alle Schatten vor Du bist aus dem Rahmen total, was Menschen tut Was anderes sagen, egal Ich liebe dich Du bist ein Phänomen, du kannst die Erde drehen Du fängst niemand ein, der intritt deinen Namen Du bist ein Phänomen, du kannst die Erde drehen Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn Lass alle Schatten vor Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn Und wer Du bist ein Lächterfreund, dein Wurzelnkorn numer